hallo meine freunde und herzlich willkommen zu einer minecraft spezial silvester ausgabe jawoll heute ist silvester ich hab nicht viel zeit aber ich hau jetzt mal so ein paar minuten video raus und zwar sind wir hier in der 1.4.6 und da kann man ja schöne silvestrageten schießen und da habe ich gedacht das mache ich jetzt mal mit euch deshalb bin ich ja auch im default texturenpack ohne shader weil mit shader sah das einfach nicht so arg toll aus ja also wir werden hier uns die welt angucken wir hatten ein paar raketen schießen ich habe auch ein paar böller mitgebracht hier und ich zeige euch jetzt mal wie die auf jeden fall gemacht werden so und dann gucken wir mal was wir dann da noch so alles machen in dieser aufnahme ich weiß nicht wie lang die wird die wird nicht so lang werden so also wir haben hier verschiedene farben und wenn man da jetzt ein bisschen pulver dazu tut dann kriegt man hier so feuerwerkskörper das doch allerliebst und wenn man da noch so ein creeper kopf dazu macht hier guck mal dann steht hier schon creeper rakete das doch wunderbar also das ist ja nur der explosions körper man kann jetzt natürlich dann auch noch jetzt kann jetzt die rakete noch basteln jetzt hat man die rakete so und wenn man jetzt drei pulver drunter macht dann fliegt die war das war falsch dass da dann fliegt die rakete höher als wenn man jetzt zum beispiel nur ein pülverchen drunter macht das zeige ich euch gleich draußen das geht ab da da waren sind nochmal zwei drunter so und da würde ich sagen gehen wir mal nach draußen weil wir haben hier noch ein paar böller so die können wir dann auch zünden jawohl geht es ja auch hier drin ach ja guck mal hier drin geht das auch und bang da ist es explodiert ach ist das schön ich mag das neue jahr heute nacht wird das natürlich alles viel schöner werden zack 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 das ist nur für euch meine freunde ach toll ein schönes feuerwert so ach toll gut ja also ich bin ja noch nicht so lange letztlich gerade mal vier monate oder sowas ich weiß es gar nicht aber ich grüße trotzdem alle und sagt an alle danke die immer fleißig zugeguckt haben mit denen ich das hier zusammen geschaffen habe hier mir gefällt sehr sehr gut auch mit dieser kulisse da hinten dran sieht doch sehr stark aus oder also ich finde es richtig nice hier sieht man auch schon das lagerhaus mit fast fertigen dach ich weiß gar nicht welche folge heute rausgekommen ist ob das dach da überhaupt schon so weit ist aber jetzt habt ihr es halt schon mal gesehen ist mir auch egal und ja wie gesagt das neue jahr beginnt wir haben einiges geschafft und weißt du was wenn das neue jahr beginnt dann können wir auch eine neue welt beginnen und dann werden wir hier mal kommen ihr schweinchen ihr kriegt hier mal ein bisschen was dann machen wir die welt jetzt hier einfach ein bisschen den erdboden gleich und prüttlich aber ich will nicht sterben ach schön hier guck mal die küssen schneide ich oder das aus so wir werden einfach wir werden die welt hier ein bisschen kaputt machen da haben wir neuen jahr was neu ein bisschen was zu tun so vielleicht machen wir dann auch einfach eine neue karte ich würde sagen neues jahr neues glück neue karte schade dabei wollten wir hier noch so viel machen aber ne was wollen wir denn im neuen jahr mit einer alten karte weißt du da war man so viel so da sind doch die ganzen schädchen hier guck mal was wollen wir denn was wollen wir denn mit einer neuen karte also mit einer alten karte im neuen jahr also denn toll ist das hier guck mal schön wir fliegen mal ein bisschen hoch ah ja wunderbar und weil heute silvester ist und wir keine briefkästen haben sprengen wir eben die lohnen und kürmiskernen in die luft warum nicht und äh zack kürmiskernen kürmiskernen ach ist das schön silvester macht einfach spaß würde ich sagen so verschwindet mal verschwindet ach ja haben wir alles hier geschaffen wunderbar wir hatten sogar hier hunde guck mal wie also wir waren schon recht relativ weit aber wie gesagt in vier monaten kann man natürlich auch jetzt habe ich euch schon ein bisschen gespoilert hier was noch kommt gleich äh ist aber egal ich höre sogar eine fledermaus oder schön ist das ja also mir gefällt es auch der baum hier gefällt mir sehr gut aber jetzt was soll es wir machen einfach im neuen jahr ein neues let's play minecraft was wollen wir denn hier mit dem alten karte noch zack 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 und das mühle die mühle ja die ist auch wunderschön geworden finde ich sehr stark hat mir sehr viel spaß gemacht die zu bauen und ich bin auch sehr zufrieden damit darauf schieße ich mal ein paar raketen in den himmel zack wunderschön und ich grüße auch alle meine abonnenten und meine zuschauer die vielleicht nicht zusehen sind zwar noch nicht so also viele aber es ist auch egal ich bedanke mich euch bei ich bedanke mich bei euch natürlich es hat mir sehr viel spaß gemacht und ich fand es auch auch die idee mit dem wald hier hat ja sich ein zuschauer gewünscht hier er hat gesagt chris bau doch mal einen wald hier hin bau doch mal einen wald hin dass hier so die das die berghütte so ein bisschen ähm versteckt ist und das war eine richtig gute idee ich finde der wald macht sich hier richtig gut und äh ich bin auch sehr zufrieden damit vielen dank für die tipps die ihr mir immer gebt ich hoffe das macht ihr auch weiterhin wenn ich äh eine neue karte guck mal im haus geht das auch ach traumhaft wenn ich eine neue karte mache quasi äh dass ihr dann auch immer ähm fleißig dann kommentiert und sagt was ich machen soll äh hier hat ja alles begonnen ich erinnere mich das ist noch gar nicht so lang her sind ja gerade mal drei oder vier monate da mal hier angefangen und haben dann hier unten unser erstes feld hin gebaut das war ja noch was da da waren wir noch am das war noch ein richtiger überlebenskampf und dann was wir nicht noch alles vor hatten wir wollten ja hier diesen diesen Hafen hier so einmal rumbauen und dann hier noch einen Leuchtturm hochbauen aber da jetzt ging uns leider die Zeit aus ach schade ich wollte es eigentlich bis Ende des Jahres hier alles noch fertig haben aber pfff was soll's jetzt haben wir es halt oh der Krad ist auch nicht ganz fertig geworden aber das Lagerhaus ist doch auch relativ schick schau mal hier da können wir auch die Tränen mal ein paar Raketen zünden uiiii toll ach ja so war das früher nein oh jetzt komm ich nicht raus ach das ist ja das war noch Zeichen hier so da unten war ja noch die Höhle da hab ich noch den Berg in der in der in der Dings äh hier den Berg weggetragen wie verrückt dass ich hier noch ein bisschen Bauplatz hab und so den brauchen wir jetzt gar nicht mehr naja ist uns auch Wurst würde ich sagen äh schiefen wir noch ein paar Keden was war denn da noch hier war gar nichts da haben wir noch gar nicht gebaut da hätten wir ja auch noch was hätten wir denn hier hin gebaut ich weiß es nicht aber der Leuchtturm wär schon geil gewesen naja in der neuen Karte wird sich bestimmt auch ein Platz für den Leuchtturm finden den bauen wir dann auch als erstes versprochen ach ja wie schnell das Jahr jetzt wieder rum ging ne also wenn man überlegt was man so dieses Jahr gemacht hat und wo wir jetzt schon wieder sind Wahnsinn ging es so schnell rum aber mir hat es Spaß gemacht ich hoffe ähm euch hat es auch gefallen bis jetzt uiiii toll einfach toll so und ich würde sagen äh was das für ein Hebel da komm wir ziehen mal und was passiert jetzt hallo ah ach ja das war der Selbstzerstörungsknopf für das Lagerhaus ich mein und bisschen was noch stehen geblieben zwar nicht all so viel jetzt haben wir hier einen schönen äh ähm hier die schönen Niagarafälle sieht auch nicht schlecht aus oh eine Höhle cool hätten wir auch mal reingehen können ich mein das brauchen wir auch nicht mehr für was denn ich mein äh das Jahr ist rum wir fangen neue Karte an für was was geht hier kaputt oi ja da fliegen sogar die Hunde durch die Gegend ach toll ach da sind sie guck mal äh warte mal für euch meine Hundis zack was soll man denn noch mit denen wir brauchen im neuen Jahr eh neue zack da sind sie dahin gerafft ach guck mal jetzt hat die Höhle richtig viel Platz ey jetzt könnten wir hier richtig viele Leute rein äh einladen aber da fehlen jetzt halt noch ein paar Accessoires hab ich mal sieht aber auch sehr schön aus muss ich sagen oder mir gefällt's mir gefällt's wir könnten mal hier noch so ein bisschen rumsprengen äh es ist ja Silvester und dann äh brauchen wir auch so ein paar Silvester-Kracher mal hier ein bisschen rumböllern sozusagen und wie gesagt schade dass es in Minecraft keine Bräller gibt äh Briefkästen meine ich das hab doch hier mal schön die Luft sprengen können so äh Moment oh jetzt muss ich aber flüchten und kabumm Auh, ei, ei, oh, 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 oh? Bin ich denn jetzt gelandet? Naja, ich bin ja im Flugmodus, Moment, ich fliege hier gerade mal raus, es wird Nacht, meine Damen und Herren, Silvester kommt näher, wir feiern das neue Jahr hier in Minecraft, jetzt zwar nicht in der Realzeit, also, ich meine, da ist jetzt noch ein paar Stunden hin, würde ich sagen, wenn die Folge hier hochgeladen wird, aber hier in Minecraft ist es fast schon zwölf und dann feiern wir natürlich das Minecraft Silvestre. da, das ist doch klar. Warum denn nicht? Ich hab jetzt hier auch keine Musik an. Kommt, den Rest vom Lagerhaus sprengen wir jetzt auch mal noch in die Luft. Moment. Äh, zack, zack. Alles muss weg. Wer braucht denn das, denn scheiß, die nächste Generation, die hier anfängt zu bauen, braucht ja auch Platz. Wir denken nur an alle Leute, die noch kommen werden. So, Moment. Äh, weg da. Ah, schön. Der letzte Sonnenuntergang in diesem Jahr, in dieser Map. Ach, toll. Und, ach ja, guck mal, wir haben hier noch einen Wald. Lass den Wald brennen. Ah, toll. Schön ist das. Ein schönes, beschauliches Feuer. Wui, wui, wui. So, die Nacht ist da. Ich würd sagen, wir gucken mal hier vorne noch. Und dann kommt das Finale. So. Na, geht's, lauf doch. So, wir schießen noch ein paar Raketen hier ab. Hier ist auch alles wie immer. Als wäre nie was passiert. Schaut mal. Hier könnten wir noch ganz normal weiterleben. Ach. Schade, dass wir diese Welt nicht weiter nutzen werden. Aber, es gibt auch noch andere schöne Maps. So, hier machen wir auch noch ein bisschen alles nur für ein bisschen für die Stimmung, für die schöne Weihnachts-, für die festliche Weihnachtsstimmung. Da, hier, guck mal, das wollten wir schon Zeit am Anfang, also, das ist schon, ich glaub, die 10. Folge oder was, da wollten wir das hier schon abfackeln. Jetzt kriegen wir es endlich mal hin. Wahnsinn. Was wir nicht noch alles tun, machen, tun und machen wollten. Äh, so ist das eben. Die Zeit geht schnell rum. Ich hoffe, ihr konntet dieses Jahr genießen und ich hoffe, ihr könnt auch das nächste Jahr genießen. So. Ich bin gespannt, was da noch so kommt. Hier kommt, äh, irgendwann, ja, ja, hier kommt eine Höhle und an dieser Höhle, Oh, ich muss noch mal kurz, Moment. Ich hoffe, dass im neuen Jahr endlich mal dieser Kratzhusten aufhört. Hier haben wir ein schönes Podest und können alles, äh, schön anschauen. Und, äh, ich sage hier an dieser Stelle Frohes Neues! Ich hoffe, ihr bleibt gesund und eure Wünsche werden in Erfüllung gehen und ihr seid mir auch, äh, weiterhin gesegnet und guckt auch weiterhin zu, wenn ich, äh, neue Let's Plays hochlade. Und das hier ist nur für euch! Ein schönes Feuerwerk! Jetzt kommt ein bisschen, gibt ein bisschen Musik. Ich weiß zwar nicht, welche Musik, aber es kommt Musik und das ist für euch! Jawoll! Ach, toll! Ein Kiepermann! Und so schön bunt. Ey, noch ein Kiepermann! Wunderhaft! Da brennt der Wald und da brennt der Wald! Ach, ist das schön! Ah, Freund, du, sei gut, weit! Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da! Ich kenne überhaupt keinen Musik. Das ist der Liebermann! Ach, ist das schön! Oh, da ging eine Rakete quer! Ei! Toll ist das! Ach ja! Frohes Neues! Ihr Bastarde! He, he, he! Nein, Quatsch! Oh, noch eine Rakete gibt mir! Ach, ist das schön! Jetzt fehlt mir noch ein bisschen, äh, so die Stimmung mit so, ah, oh, oh, was ist denn hier los? Da fliegen die Hunde. Oh, die Welt geht doch noch unter im neuen Jahr. Wahnsinn. Ach, toll ist das. Komm, wir gucken noch mal. Oh, schön. Alles ist weg, alles, äh, ah, toll. Ich wünsche euch ein frohes, neues, gesegnetes Jahr. Bis zum Januar, würde ich sagen. Ei, wir fliegen hier genau durch den Shower durch. Goodbye. Lalalalalalala. Lalalala. 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 Lalalala.